Kann ich da nicht einfach... Wie kriege ich das auf? Oh, da unten komme ich auf ein Auto. Das ist gut. Das ist sehr, sehr schön. Ich will mich doch jetzt hier verarschen. Ich soll jetzt da von da, da rüber schwimmen? Oder komme ich hier irgendwie rein? Wie soll denn das gehen? Okay. Na gut, äh... Ich versuche gerade bei dem Kopf so ein bisschen den Weg zu planen, in dem ich jetzt schwimmen werde. Warum stirbt der eigentlich? Guck mal, ich schieße drauf. Oh, der traucht sogar ab. Cool. Ich störe den aber nicht. Hm. Gut, dann werde ich mal... So, ab ins Kühle Nass. Und er ist schon bei dem Typen. Ah, fuck. Das ist gerade so scheiße. Komm, lass mich auf die Karre. Lass mich auf die Karre. Dankeschön. So. Ah. Ähm. Geht das Ding auch zu? Ja, das Ding geht auch zu. Hm. Hm. Sind das jetzt zwei? Okay, ich sollte vielleicht... Hm. Ich warte mal noch eine Runde ab. Was macht Ferien hier? Das habe ich ein bisschen spät gelesen. So, dann hier. Dein Futter. Nein, jetzt ist es schon viel zu weit oben. Komm schon. Komm schon. Nein. Fuck. Bitch. Tricksack. Alter, jetzt habe ich es mal ein bisschen mehr gesehen. Hm, lecker. Das sind gar keine Turtles. Das ist Splinter. Hm. Oh, mein Trinken steht auch noch hier. Und wird schal. Boah, anderthalb Stunden für ein Kapitel, ey. Das ist ja mal... Warum bin ich jetzt eigentlich hier? Später rüber. Weil ich glaube hier... Ja, sag ich doch. Hier lag was rum. Diesmal schieße ich die da oben nicht weg. Bin da nicht doof. So. Hahaha. Ich denke, ich brauche doch einfach bloß auf die Leiche zu schießen. Nee, doch nicht. Natürlich war zu weit vom Wasser weg. Jetzt muss der sich erst wieder... ...ausanimieren. Jetzt. Baba. Gerade nicht gut. Gar nicht gut. Nein, nein. Uh-uh. Nicht gut. Nicht gut. Ach, jetzt habe ich den vergessen. Okay. Das sind doch zwei. Das sind drei. Hä? Hahaha. Eins. Boah, das ist doch glatt weg verarschen. Okay. Ich habe es nicht... Mann. So, mach Piep und ich mach... Ich werde es mal beide lösen. Ich habe es gut getroffen. Hahaha. Komm schon, komm schon. Ja, ich bin drin. Huuuuhh. Hehehehe. Boah, waren da drei von den Fischern. Ich bin doch. Siehst du, jetzt wäre es wieder gut gewesen, hätte ich... Die Typen von der Tür weggeschossen. Naja. Aber ich habe doch noch diese netten kleinen Explosivbolzen. Die jetzt sicherlich bei so einem Laufenden richtig gut kommen. Mhh. Und? Und? Und ich habe noch... Und ich habe gerade... ...ein Problem. So. Wer guckt denn hier noch? Hier guckt doch keiner mehr. Oh, da guckt doch noch einer. Genau, lauf mir einen Schuss. Meins. 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 Die Nicole. Wenn du nicht gekommen wärst. Spar dir das für später auf. Wir sind bestimmt noch... Warte mal, warte mal, warte mal. Mhh. Warum dreht denn... Mhh. Hä? Was ist denn das jetzt für ein Scheiß? Mh. Komm. Komm. Wieso? Ich habe doch den im Kopf weggeschossen. Ja, jetzt schießt die noch mal drauf. Guck mal, die läuft wie... Wie, wie... Hier aus Resident Evil. Die... Naja. Ist ja auch im Szenen. Huh. Was? Was? Von einem Horrorspiel zu einem 0850 Shooter. Ne, 0850 noch nicht, aber Shooter. Noch genau. Ich habe den jetzt gerade nicht getroffen. Näää. Warum auch? So. Und wieder ein bisschen Stoff. So, du hast deinen Kopf noch. Genau, ne? Die hat sich gerade bewegt. Achso. Ich muss ja wieder dazu sagen, für die YouTube-Zuschauer. Äh, Multi hat... Also, Blue hat gerade geschrieben, das ist Helena von Rezex. Ja. Genau, irgendwoher... Irgendwoher kannte ich die aus irgendeinem anderen Film. Spiel. Misst schon. So. Schleimo? Ich bin so froh, dass es dir gut geht. Seit der Kirche... Du warst bei der Kirche? Ja, Joseph und ich. Als ich ihn das letzte Mal gesehen habe, ging es ihm ziemlich schlecht. Was ist mit dem Jungen aus der Klinik? Leslie? Ich habe ihn in einem Käfig gefunden. Dann ist er abgehauen. Von einem Spielfilm. Genau. Schön, dass es war... Schönes Wortspiel, Blue. Das muss man schon mal sagen. Wortspiel. Hä, hä, hä. Hä, hä, hä. Okay, hier ist eine Tür, das scheint es... Was geht hier nur noch auf? So ein Scheiß. Wir haben alle diese verrückten Sachen gesehen. Hattest du Nasenbluten? Oder Kopfschmerzen? Nein. Warum? Joseph hatte das. Als ob er sich verwandelt... ...in eins dieser Dinger. Vielleicht befällt das nicht jedem. Slammer. Na gut. Da ist ein Arm. Wieso ist da... Äh. Ist das... Egal. Nicht weiter drüber nachdenken. Boah, ist das gerade irgendwie... ...beschissenes Kapitel? Oh, hier. Hey, Puppies. Ihr blöden... ...scheiß Puppen. Okay, da gehst du nicht weiter. Bibiarm. Dieses Geräusch... ...erst mal nachladen wieder. Erst mal wieder nachladen. Ganz ruhig und wieder nachladen. So, wie sieht's denn jetzt hier drin aus? Hallo? Hallo? Nicht dich. Ah! Ah! Ach! Nein, nicht ich. Sebastian, das ist... Bleib weg! Was soll das? Hast du auf mich geschossen? Du hast dich in ein Monster verwandelt. Mich angegriffen. Sorry, du bist infiziert. Er könnte dich benutzen, um mich aufzuhalten. Warte, wovon redest du? Hm. Wie nett. Das auf, das auf, das auf! Leslie? Leslie, bist du es? Leslie! Sehr gut. Nur noch etwas weiter. Was ist? Ruvik? Hilfe! 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 Hey! Leslie? Ja. Der Flüchtling. Da. Diese Spielchen fangen an, mich zu langweilen. Oh, jetzt wird er langsam hauert. Oh. Ganz kurz, ähm... Ich habe gerade... Ja. Ein kleines Mikrofon-Problemchen. Ich habe es mir selber verrückt. Vorsicht, Entflammer! Was zum Geier! Okay. Vorsicht, Entflammer! Heißt für mich... Äh, äh... Nix schießen! Nix gut schießen! Okay, und bei dem brauche ich definitiv Schüsse. Alter! Okay. Ja. Ich glaube, der läuft da. Und dann? Dahinter? Ich glaube, hier drinnen bin ich sicher, oder? Okay. Wir warten mal noch eine Runde ab. Ah, wir warten mal noch eine Runde ab. Ah, das ist auch noch schön. Alles schick. Nee. Nee. Der hat mich auch noch entdeckt. Ne, super. Okay. Oh, wenigstens noch das mitnehmen. Komm, lass mich mal hier hoch. Scheiß drauf. Hat er mich halt gesehen. Kommt er hier hoch? Nee. Okay. Die Streichhölzer sind immer gut. Gibt es hier irgendwo einen Schlüssel? Einen Schlüssel. Na klar, warum kann das Tor auch nicht einfach aufgehen? Die laufen bestimmt auch immer ihre selben Wege. Okay. 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 Ja. 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 Ich bin da. Ja. 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 Komm schon. So. Da drüben geht es nicht rein. Oh, da wird jetzt die Leiche sehen und wird jetzt denken, lecker was zu essen. Nee, hat keinen Hunger. Hm. Den Weg ist komisch, den da läuft.